Wir haben immer gesagt, dass wir für Menschen mit Schutzbedürftigkeit, gerade für Familien, die aus Bürgerkriegsgebieten kommen, alles Menschenmögliche tun, damit sie hier geborgen sind. Aber das ist jetzt ein Tempo in einer Zeit mit Zahlen, die nur noch schwer zu bewältigen sind. Man kann sich da nur bedanken, wie die Bevölkerung, die Behörden, die Polizei, die Hilfsorganisationen, die Kirchen sich um die Flüchtlinge kümmern. Ohne dieses bürgerschaftliche Engagement wäre das alles schon längst zusammengebrochen. Und wir werden nicht nur mit dem Flüchtlingsstrom fertig werden müssen, sondern eine ganze Menge an Folgeproblemen zu bewältigen haben. Wir müssen sofort beginnen mit den Integrationsmaßnahmen für schutzbedürftige Menschen. Denn wenn wir die Integration nicht sehr zügig schaffen mit der Sprache, mit der Ausbildung, mit den Arbeitsplätzen, mit dem Wohnraum, dann wird es zu gesellschaftlichen Problemen kommen, zu Spannungen. Das ist alles eine Megaaufgabe. Die Bundesregierung muss uns hier in allen Facetten unterstützen. Das können die Länder und die Kommunen alleine nicht mehr schaffen. Die Lösung gelingt nur, deshalb hatte ich ja gerade ein Gespräch mit dem albanischen Ministerpräsidenten, heute ein Telefonat mit dem Ministerpräsidenten von Ungarn. Mit Serbien war ich beieinander, mit Bulgarien war ich beieinander. Mit Österreich werde ich auch persönlich noch Kontakte herstellen. Das geht nur im europäischen Zusammenwirken. Das geht nur, wenn wir wieder Regeln herstellen, nach denen wir das abwickeln in Europa, an den Außengrenzen, mit Aufnahmezentren, mit Verteilung der Flüchtlinge in Europa. Das ist nur letzten Endes europäisch zu lösen. Deshalb muss auch die Europäische Union und natürlich die ganzen Regierungschefs von Europa sich um das Thema annehmen. Wir tun das Menschenmögliche hier in Bayern, das glaube ich, haben wir gesehen. Ich habe in Berlin jetzt zwei Tage lang sehr viel Lob erfahren als Freistaat Bayern, wie in Bayern diese Dinge bewältigt werden. Das ist ja wirklich gut. Und ich möchte, dass dieser Geist erhalten bleibt, dieser Gemeinschaftsgeist. Aber der bleibt nur erhalten, wenn das Thema selbst professionell gemacht wird, bearbeitet wird, gemanagt wird. Und das können wir Bundesländer alleine nicht schaffen. Dazu brauchen wir die Bundesregierung wesentlich stärker als bisher und Europa.